Musik Guten Abend, wir sind heute hier bei einer Veranstaltung anlässlich der Tunesischen Woche in Wien in Kooperation mit dem Society Magazin. Wir befinden uns im Barocksaal des Alten Wiener Rathauses. Es ist ein wunderschöner Veranstaltungsort. Wir erwarten sehr, sehr viele Gäste aus dem Internationalen Diplomatischen Chor. Und wir freuen uns schon auf den Gesangsauftritt von Massimo Galfano aus Italien, aus Sizilien, der diese Veranstaltung mit einem mediterranen Flair schmücken wird. Musik Diese Gala tonight ist organisiert mit der große Hilfe und Unterstützung von Mr. Khamer, das ist eine große Herausforderung, die sich vorhin bezeichnet werden, als General Honorary und ich wünsche Ihnen, Mr. Khamer, für das. Das ist einer der wichtigsten Worte heute Abend, weil Musik keine Grenze, keine Grenze, keine Sex, oder Religion oder irgendwas. So, es ist eine internationale Sprache, und das ist warum wir, mit Ihren Unterstützung, haben diese Italien-Sardinien Musik, also ein Tunisian Perkursionist, und das Buffet, natürlich. Musik 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 Amen. Ce n'è le parole, questa pizza è mia, ce n'è le parole, questo mandor mio. I anni passano, ci voglio poi, anche se passione e rumore. Se ci riano dai, se ce la farai, hai sopra tu ogni colore. Grazie. Tengo Elisabeth Daccia. E come stare a casa mia, stanza in fantasia. E come stare a casa mia, questa vita mia. E come stare a casa mia. E' un'ottima vero. 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 Sono il traduttore perché l'organizzazione è stata impeccabile da parte della Press&Com e tutta l'organizzazione. E appunto dicevo che mi sentivo a casa. E' come se fossi a casa mia. Ciao a tutta l'Austria. Ciao a tutti. Grazie di cuore. È stato un vero onore. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Untertitelung. BR 2018